In diesem Video geht es um die besten Motorradhelme. Der Qualitätssieger in unserem Motorradhelm-Test geht an den West Torque. Die optimale Passform und das abnehmbare Klarsichtvisier sowie die integrierte Sonnenblende des Helms sorgen auch an sonnigen Tagen für eine jederzeit bequeme und sichere Fahrt. Jeder Integralhelm entspricht der europaweit gültigen Sicherheitsnorm ECER 2.2.0.5 und unterliegt strengen Sicherheitsanforderungen. Nur das Beste für Ihre Sicherheit. Die Klapphelme bestehen aus einer leichten ABS-Schale mit stoßabsorbierendem Multi-Density EPS. Das Ergebnis ist eine stabile, schlagfeste und leichte Helmstruktur. Das atmungsaktive und waschbare Polster im Motorradhelm in Kombination mit den Belüftungsöffnungen regulieren die Luftzirkulation und sorgen so für einen frischen Kopf. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Rallox 726. Jethelm Chopperhelm mit integriertem Sonnenvisier und ansteckbaren Kinnteil sowie Sonnenschild. Das Kinnteil ist ein rein optisches Anbauteil ohne Sicherheitsfunktionen bei Stürzen und Schlägen. Die ECE-Zertifizierung basiert auf dem Jethelm ohne Anbauteile. Marken Motorradhelm Modular für vier verschiedene Varianten. Hochwertiger Markenhelm mit Top-Ausstattung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Motorradhelm-Test ist der Rallox 62. Hochwertiger Markenhelm mit Top-Ausstattung. Integralhelm für Motorrad, Moped und Rollerfahrer. Dieser hochwertiger Schutzhelm erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen nach der europäischen Prüfnorm ECE-R22-05. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.